okay speichern will ich die gruppe ändern ich will eigentlich in velve drum und meine personas austauschen weil aus irgendeinem grund level ja meine person aus nicht mit das total klug ist weil wie man hier sieht diese person was das ist nicht die übersicht die ich haben wollte ich bin super person pixie habe ich irgendwie seit dem ersten dungeon hat kein level bekommen selber mit jack o'lantern super dämlich weg damit selbe mit andras weg damit sie sind alle keine ander level neko shogun ist wahrscheinlich noch mit das beste was ich habe aber ich kann ja einfach person aus kaufen so zum beispiel dieses wie was sie ist was besser ist als legion nehmen wir das mal mit ich nehme darkness person aus so kann ich irgendwas tolles neues füßen schlafen schlafen dass du bist mit support support eine neue kraft machen wir nicht 38er eine schieße was will die haben die beiden ergeben das das und das ergibt das okay brauche ich auch nicht wirklich er hat sich dann erledigt wieso level die nicht mit ich habe absolut keine ahnung die bekommen zwar xp von files aber das ist so wenig dass wenn du irgendwas leveln willst ist es sinnvoller in dieses menü zu gehen einfach zu sagen level erhöhen und aber wie du siehst ich kann mir nicht mal neuen level kaufen und ich habe 215.000 punkte also ich verstehe das system überhaupt nicht ich dachte zuerst hey du musst sie aktiv nutzen habe dann aber später festgestellt die bekommen auch alle passiv irgendwie punkte aber irgendwie weil ich weiß im original war so wenn du irgendwie eine personen einfach nur mittaus die level mit fertig check it out what the hell was that a machine gun top the security camera to probably open fire if you get to close so same setup we son shibuya the castle beyond here so we're gonna have to do something about this thing first if i had to guess i'd say there's a course somewhere around here that's powering it i saw something that looked like a prison keep up top if this is business as usual it's probably there i guess that's a first stop let's get going prison key there's i'll know once i get there greetings good citizens have you seen any evil tours nearby what if you do see any please report it immediately our hero will then come to change their hearts akira is our one true hero he is the only one who can save the world akira will keep everyone safe with the power to change hearts he will protect our way of life era must be referring to kanoe guess he's a superhero in this world so this is how he views himself ironic that the villain is playing the hero everyone safe with the power to change hearts what does it mean by that in this voice is that emma phony hero parading himself around in a futuristic city getting some major dystopia so weird so nach der drüben gehen okay so is that the whole shine werfer what what oh 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 nehmen wir einen kleinen umweg so genau die andere richtung übrigens ok was für schwächen haben die fächer das lamina das sind nagas wir haben alle windschwächen ich habe keine windpersona vielleicht bauen wir uns doch ein einhorn oder wie neben morgana mit ich sehe das problem nicht almighty der mensch works als band mit glöckchen okay wir schmeißen glaube ich gerade mal makoto für morgana raus achso ich habe morgana noch nie ver achso moment ich muss wieder zurück verwandeln ich wollte gerade sagen warum kann ich nicht angreifen ja das stimmt mona ist ja auf nur 10 level unterlevelt wir schildes wird macht überhaupt der mensch mona ist nur darum zu schwächen zu benutzen monaten level ab überraschend alles mit euch seid schwach gegen feuer da gibt es doch bestimmt was von joker waren ok die sind alle ziemlich tanky holy shit ich mache auch kaum schaden an denen interessant bitte sagt mir nicht ist es das was ich vermute was es ist wir werden das wohl oder überaus finden ist das bei allen viechern so die sind 45 ich bin 37 ne gar nicht ich bin 44 aber meine personas sind alle super das ist merkwürdig ich habe das gefühl ich muss die anfragen machen und das war jetzt das erste mal dass ich direkt quasi gesagt habe scheiß auf anfragen ich gehe weiter und plötzlich habe ich hier drin probleme jetzt gehen wir hier lang also die muss ich auf jeden fall alle verüberfall hinten sonst die sind die immer noch nicht tot ja total das vierste zoro ihr habt keine schwäche almighty damage no fucking damage ach so meine seine autos machen schaden der rest des cast macht einfach keinen schaden das will beinteres denken ich bin dann schneller mit autos ich bin dann eher so hitspam als wenn ich person aus benutz nun oh 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 Das ist ein enormes Problem. Das ist ein wirkliches Problem. Ich meine, mit genug SP kriege ich die ganz gut niedergebürstet, aber... I'm not happy about this shit. Bitte warten. Ich verstehe ja nicht, warum die SP nicht gescheiter aufgeteilt werden. Wir sind alle besessen. Du hast kein Feuer. Heile mal alle. Okay, okay, cool, das passiert, wenn ich also nicht Omega überlevelt bin. Interessant. Ja, während ich mich selbst teile. Oh, ich bin auch noch eher natürlich. You fucking shit me. Achso, den Joker wurde einfach gewonnen. Unschottelnd. Uncool. Uncool. Jetzt habe ich gesagt, du musst mehr grinden, weil ich bin bisher auch ganz gut durchgekommen, ohne zu grinden. Aber das ist gerade das erste Mal, dass mich das Spiel richtig heftig überrumpelt mit Levelanforderungen. Du, ich würde ja leveln, das Problem ist, dass ich meine Stärke und alles andere so ein bisschen, hängt immer ein bisschen davon ab, welche Persona ich benutze. Und Personas Leveln ist, glaube ich, ich meine, ich habe eine Theorie, wie es geht, aber das ist sehr, sehr geldintensiv. Also versuche ich jetzt gerade mal so weit zu pushen, wie nur irgend möglich. Wie rot bist du? Achso, tiefrot. Psychoenergie. Ich meine, ich habe eine Psycho-Persona. Jetzt schon was. Ja komm, egal wo ich hingehe, ich kriege eh den Scheiß. Hallo. Nett. Anfällig gegen Psycho-Farkness und überhaupt. Let's see. Was haben wir denn? Ich meine, das hier hätten wir. Auf Level 30. Black Oods wäre 34. Hat aber leider kein Ginks. Leads. Leads ist 35. Das ist wahrscheinlich der beste Badge. Und damit bin ich out of tp. Okay. Oh, der castet mal frei. It's not good. Tolly. Ich mache keinen Schaden. Welches Level ist das, Vieh? Weiß ich nicht. Ist ja beruhigend. Um. 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 Coz. Eñ marriage. Sieh. Schmer. V Melodie. Lisa. Les, Jeff. Ich gar nicht. Genר. Mache. Bei der stemsλέtenhilfe. V Melodie. Ein bisschen ressourceniłfertiv, maybe? Ultimative Attacke macht nicht mal 2% Schaden. Okay, machst du wenigstens Schaden. Warum macht er Schaden und der Rest des Casts nicht? Ich meine, er trifft nichts, aber das ist... was? Outplayed? Nee, das Game outplayed dich nicht wirklich. Das Game ist einfach in neun von zehn Fällen dumm. Weißt du, ich finde es gut, mich one-shotet fast damit und alle anderen sind so weit nah wie auf einen. Wie guck mal, warum mache ich keinen Schaden an ihm? Aber eher? Okay, jetzt macht er was? Oh. Oh. I see. Ja, Spun in 2D-Kombo, I can't do shit about... Ja, cool. Hahaha. Ja, das ist ja... Da hilft auch keine medical attention to tower. That's just bullshit. I can't do shit against this. Okay, okay. Let's go. Persona! Let's go. Oh, nice, Joker. You hit a weakness with it. Huh? Let's go. Let's go. I can beat you in this showtime. Go for it, Joker. Let's go. Let's go. Let's go. Persona! Neko's Mothman! Neko Shoga! Okuninushi! Isa! Joanna! Oh koninushi! Here! Let's go! Let's go. You make this look fun. Oh no! Oh, you make this look fun. Oh no! Persona! Let's go. Persona! Every time you're in! Persona! Let's go. Let's go! You know what's cool! es gibt kein problem was ich nicht mit genug sp lösen kann das problem ist nur dass wenn ich so weitermacht gehen wir ganz schnell die sp items aus 0 dem still fucking live lecklicher marsch level erhöht cool wo ist hier ein checkpoint da kommen wir bis zu dem checkpoint ich hoffe mal weil so langsam wird es ein bisschen kacke hier lang zu dem zeit zu dem Was ist das? Oh! Und definitiv aus dem Gefängnis raus. Holy moly. I guess wir gehen, äh. Ich verstehe eigentlich wie ich hier rankommen soll. Verstehe ich nicht. Der Wagen ist hinter mir, ne? Das macht weniger Schaden. Okay. Cool. Ich kann keine Waffen kaufen, die besser sind. Huh. Okay. Okay. 80 Tepi und 50 SP aller Verbündeten. Krabben, Tofu, Karotten. Krabben, Tofu, Karotten, na? Ich kann keine Krabben kaufen. Ten or ten. Oh boy. Das ist wahrscheinlich die Quest hier. Ja, ich muss den Nebenschnitt machen, aber ich will da nicht. Wo ist Haru? Da hinten. Ja. Ja. Blablabla. Wir bringen ihm Essen bei. Neue Anfragen zugefügt. Oh. This game never ends. Holy fuck. Ja, meine Anfragen sind voll. Okay. Wo ist die Überdingskirchen? Das hier. Was ist der nächste Step? Wulff. You're already working on this one.